Egal wo ich bin, kann ich allein vor die Tür gehen, mit meiner Kamera und ein paar Ecken sammeln. Ja dann guckt man halt plötzlich danach. Ich mag diese straighte Form davon einfach. Ich finde es aber halt auch abgefahren, wie unterschiedlich die sind. Aber ja, die wäre jetzt zum Beispiel, kann ich nicht fotografieren. Ich werde die ganze Zeit geblendet. Aber ich will die haben. Guck mal, wie sich das Gebäude da drüben auch drin spiegelt. Boah, ist krass. Ich fotografiere am liebsten Menschen, aber so ist das hier. Na, ich glaube noch mehr als Menschen. Boah, das Gebäude macht gar keinen Sinn. Ja, so. Alles da dran ist schief. Aber cool. Auch neu. Auch noch nie gesehen so was. Dann ist doch noch ein Flugzeug da. Ich raste aus. Ich rufe auf. Oh, schön. Neeny News. Ich rufe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020